Dieser Ford K steht hier zum Verkauf. Der graue Kleinwagen hat drei Türen und bietet vier Sitzplätze. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Bluetooth, ABS, ESP und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017